Nice one. Oh, es wird Nacht. Wollen wir schlafen gehen oder wolltest du weitermachen? Ich bin im Neta. Achso, doch toll. Ja, war, 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 war. Du bist im Neta. Du bist in einer anderen Welt. Ich kann alleine schlafen gehen, glaube ich. Juhu, ich kann mal ohne... So toll ist es ja eigentlich nicht, wenn sie nicht da ist und ich alleine schlafen muss. Ja, wollte mal sagen, wie er das eine mal so gejammert hat. Mal sehen, wie das nächste Woche wird, wenn du mal einen Tag nicht da bist. Ja, nächste Woche, also wenn ihr die Folge seht, ist es natürlich schon vorbei. Aber da muss ich dann um 5 Uhr morgens aufstehen. Anstatt zu arbeiten, weil dann natürlich mein Krankenschein auch ausgelaufen ist. Ausgelaufen? Das hört sich lustig an. Ja, ist ja so. Ich habe ja keinen Krankenschein dann mehr. Auf jeden Fall, wenn ich dann wieder anfange zu arbeiten, gehe ich nicht direkt auf Arbeit sozusagen, sondern ich gehe auf einen Lehrgang und dieser ist 2 Stunden ungefähr entfernt von hier. Hab da auch ein Hotel und so, aber am Anreisetag muss ich dann schon um 5 Uhr morgens aufstehen. Und dann 2 Stunden Autofahren und dann noch bis 17 Uhr da mir die Theorie geben. Und dann einmal übernachten da, einmal übernachten, morgens aufstehen. In so ein Absteigehotel und dann gleich wieder fahren? Oder wie sieht das der... Ja, so, nee, dann Praxis noch. Einmal übernachten da und dann Praxis. Ach so, okay. Erster Tag Theorie, zweiter Tag Praxis. Ja. Ja, auf jeden Fall freue ich mich schon gar nicht so drauf irgendwie. Nee, wer freut sich da schon drauf? Bei uns war ja wenigstens da... Vor allem kenne ich da keinen. Ich weiß nicht, wo es ist. Ich kenne da keinen. Das sind schon zwei Voraussetzungen, die scheiße sind für den Lehrgang. Ja, bei uns war ja so ein Betriebsfest. Aber wir hatten ja noch mit Party sozusagen. Wir haben ja Amstel Public Fuing... Fuing... Fuing? Ich kann's gar nicht... Fuing. 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 Das heißt Fuing. Wir haben ja das Spiel Deutschland gegen Polen gespielt. Da waren die Erwartungen ja groß. Warte, ihr habt das selbst gespielt? Nein, wir haben das... Entschuldigung. Ja, wir haben das nachgespielt. Ja. Hat noch nicht angefangen, aber ihr spielt das schon. Genau. Guck mal, es hat sogar geklappt. War genauso enttäuschend wie das echte. Es hat sogar geklappt. Was hat geklappt? Na, jetzt ist wieder Tag. Ich war im Bett gerade. Ach, hat geklappt. Hat geklappt. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob das wirklich funktioniert. Wir freuen uns alle über deinen Erfolg. Ja. Hallo an Erfolg. Schön wär's, wenn ich mal überhaupt in irgendwas erfolgreich wäre. Boah, jetzt kommt er. Ey, jetzt kommt er wieder hier. Was denn? Ich bin doch nicht erfolgreich. Weder im Privaten noch im Sonsten. Oh, im Privaten. Ich bin nicht erfolgreich. Du willst ja, Juni, jammern. Nee, 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 nee. Was denn? Ich jammer gar nicht. Ich stehe unter Eid, Baby. Du hast ein Aufnahmeverweigerungsrecht gerade. Ich merk schon. Er guckt, er kriegt zu viel von meiner Serie mit, die ich gucke. Was denn? Ja. Ich hab da auch zwischendurch mitgeguckt. Ja, ja, der singt ja. Du kriegst zu viel von der Serie. Ich weiß nicht, fünf, sechs Folgen. Dann hab ich mal ein paar, ich weiß gar nicht, bis jetzt in der ersten noch oder der zweiten. Ja, dritte Staffel bin ich schon. Dritte? Ja. Alter. Das heißt, ich hab mal eben eine Staffel quasi übersprungen. Ja. Und ist immer noch dasselbe, ne? Ist immer noch dasselbe. Im Prinzip hat sich in der Serie nix groß geändert. Ich frag mich wirklich gerade, warum... Ich hab ja diese Serie hab ich schon mal die ersten zwei Staffeln geguckt. Und ich frag mich wirklich, warum es von dieser Staffel mittlerweile sechs gibt. Weil, also, das Thema ist ja jetzt schon in der dritten Staffel ausgelutscht. Hilfe! Naja. Hilfe, ich bin da umgefangen. Oh, ich sollte mal was essen. So. Wow, ich hab 60 Quarz gesammelt, ohne es zu merken. Weil ich nix sehe. Weil ich immer einfach nur aufsammel. Und ich hab mein Inventar fast voll. Jetzt wollen wir mal. Ich hab übrigens acht Kobalterz wieder mal. Oh ja, mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Ja, natürlich nehme ich das mit. Kerstin geht mir schon wieder auf den Sack. Kerstin! Du sollst das nicht immer nachmachen, weil du kannst es nicht. Mann, das ist auch mein Let's Play, ja? Ach so? Ja. War deins? Ja. Nicht deins. Auch wenn das immer so rüberkommt, als wär es nur deins. Als es nur meins wäre vor allen Dingen. Nee. Kommt ja mal so gar nicht rüber. Doch. Voll. Warum? Weil es deins. Man sieht mich ja nicht. Ja, man hört dich aber. Ja. Das reicht schon. Ja. Das ist schon Übernahmegrund. Ach Quatsch. Als ob ich das jemals vorher jetzt nahm. So, ich hab jetzt ganz viele Bäume hier mal gepflanzt von denen. Und auch mit Knochenmehl größer gemacht. Die werde ich jetzt alle abernten, meine Lieben. Und da hoffen wir, dass dann nochmal so ein Vieh rauskommt? Ja, nicht nur. Auch weil ich das Holz dann für die Brücke verwenden werde. Okay. Ich leg's gerade ein bisschen drauf an. Wenn man's drauf anlegt, ist es wahrscheinlich nicht so lustig. Okay. Wieso wächst der nicht? Ja, ja. So schlimm war ja nicht. Du hast ja rausgekriegt, wie man den fertig machen kann. Ja, mit der Axt, weil Baum halt, ne? Weil Baum. Ja. Trotzdem. Oh, da oben ist ganz viel Quatsch. Ach so, das ist ja K-A-Ziegen. Oh, ich muss meine Fackel setzen, vielleicht wird das ja besser. Glaube ich nicht. Ich kann dir noch den Fernseher eben rüberholen. Ach Quatsch. So, wo ist ja jetzt meine... Ach da. So, dann holen wir uns mal das Holz hier raus. Das ganze... Oh! Entschuldige bitte, Mr. Pikmin. Ich wollte sie nicht... Hast du ihn angegriffen? Nee, nee, ich hab ihn beschmissen mit Zeug, aber das scheint nicht so viel ausgemacht zu haben. Nee, nee. Ich dachte schon, du hättest ihn angegriffen, dann wärst du jetzt tot. Ja, ich hab ihn... Er hat zu mir auch hochgeschaut und deswegen hab ich dann gedacht, oh, entschuldige bitte, Mr. Pikmin. Na dann ist ja noch alles gut. So, jetzt hab ich... Wow, ich hab anderthalb Stack Quatsch mal eben so wieder mitbekommen. Sehr gut. Und ich hätte jetzt übrigens ganz gerne den Mod, der die Bäume so fortfällt, den Timber-Mod. Aber die können wir ja hier nicht einfügen. Leider. Den hab ich aber auch wieder mit meinem Singleplayer. Und da haben wir den ja schon mehrfach gesehen, was der alles kann. Eben, du musst ja auch mal ein bisschen... Ein bisschen Variationen haben. Ja, sowieso. Weil die gleichen Mods haben. Aber das Lustige ist halt, ich will dann immer versuchen, Mods, die ich in der Ära hab, im Singleplayer-Minecraft zu benutzen. Und dann fällt mir ein, ab, den haben wir ja auch nur in der Ära. Hm. Ist das auch nach das oder war das ein LKW? Das war ein LKW, aber ich hab auch grad ein bisschen so nach außen gehorcht, was das da für ein Geräusch war. Im Übrigen, ne Baby, muss ich sagen, der Timber-Mod, ne, der ist sowas von geil. Ich hab mal eben so einen Riesenbaum, so einen Dschungelbaum, innerhalb von einer Sekunde komplett abgebaut. Ich hatte nach vielleicht zwei Minuten Dschungelbaum-Farm, hatte ich fünf, sechs Stacks im Inventar. Okay. Deswegen wollte ich ihn gerne haben, weil man da so sehr schnell farmen kann für bestimmte Sachen. Hm. Und da ich den Dschungel gedönste für meine, äh... Alter, wie kannst du mich hier sehen? Wie kannst du mich hier sehen, verdammt nochmal? Wo ist dieses Scheiß-Gast? Manchmal hab ich das Gefühl, die können durch die Wände gucken. Entschuldigung, das ist die schon wieder... Ja, nee, alles gut, Baby. Weißt du, mir wirfst du immer vor, dass ich dich unterbreche, aber selber machst du das ja auch. Ja. Siehste, du bist auch ein Let's-Player geworden. Ich bin, äh, ich dachte, ich bin auch ein Palo geworden. Ja, das sowieso, du bist auch Palo. Sieh für dich eigentlich alle ein wenig Blumen, äh, Palo. Stimmt ja, da gäbe es ja mal so eine Werbung. Ja. Ich weiß gar nicht mehr. Und was hast du gesagt? War ich dich gestört? Nee, jetzt will ich nicht mehr. Oh, okay. Das Holz, das brauche ich ja für meine U-Bahn, weißt du? Ja. Und deswegen so viel dann auf einmal zu haben, war einfach nur, wow. Und ich zehre immer noch von den Vorräten. Ja. Und das nach knapp, äh, ähm, nach knapp 100 aufgenommenen, vorproduzierten Folgen. Ja, so viel habe ich jetzt aufgenommen. Ja. Also... Was? Da ist er, da ist einer, da ist einer. Ja, geil. Hol dir die EPs, hol dir die EPs. Yeah, mach ihn fertig, mach ihn fertig. What the fuck? Der ist aber stärker als der andere letzte Mal. Und da ist noch einer. Hilfe. Ja, jetzt hast du, das sind deine neun Feinde zum Vergleich zu den Allrauen. Alter. Wie stark, guck mal, wie böse der auch aussieht. Der ist stinksauer. Alter, guck mal, was der auch für Schaden macht. Also die kommen auch nicht unmittelbar, weil der letzte kam nämlich einfach um die Ecke, von wo ich gar nicht den Baum abgesehlt habe. Okay, abgesehen davon, er hat ja ein Zweig gedroppt, ne? Ja. Guck mal, was er noch gedroppt hat. Ein Muskel. Naja, ein Baum, so ein Baum von der Größe, der muss auch ordentlich Muggies haben. Naja, das erscheint mir eher ein bisschen unlogisch, aber gut. Ne? Wieso? Das ist ein mysteriöses Wesen, ein Reachery-Made. Ein End. Den hätte ich auch gerne im Singleplayer gehabt, übrigens, ne? Durch die More Creatures Mod, aber wenn ich die mache, dann funktioniert das nicht so wirklich. Aha. Dann leckt das und das stürzt zwischendurch mal ab. Und deswegen habe ich die auch wieder rausgenommen gehabt. Da hatte ich ja getestet. Da habe ich dir ja auch die ganzen Viecher gezeigt, die dann da so droppen. Ha. Droppen, poppen. So. Ach ja. Wo ist denn jetzt hier, sag mir mal. Also. Sag mir mal. Ja. Welches Holz baue ich denn hier die ganze Zeit ab? Erlenholz, ne? Eberescher, dachte ich. Ne, Erle. Na, also wo die Viecher rauskommen, sind Eberesche. Ne, 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 ne. Doch, 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 doch. Das ist Eberesche, wo die Viecher rauskommen. Warte. Das hier ist der Weißdorn. So. Das ist der, das ist der. Das müsste der sein, ne? Ne, Erlenholz ist das. Da kommen die Viecher raus? Ja, Erlenholz. Pass auf. Ich dachte, er wäre Eberesche. Ich baue die ganze Zeit nämlich Erlenholz ab. Ah. Okay. Ich dachte, Eberesche wären die Bösen. Ne, Erle. Keine Ahnung. Du musst das wissen. Scheinbar Erle. Ja, Erle muss es sein. Definitiv. Nicht Eberesche. Jetzt schon die Kommentare so von Miga und Patze. Nein, Susi hat recht. Du spinnst doch. Ist ja auch egal, wer recht hat. Fakt ist. Ja, ja, ja. Das sagt er immer, wenn ich recht habe. Wenn er recht ist, dann macht er immer so. Yeah, yeah. Das trage ich mir immer rot im Kalender ein. Und dann tanzt er so rum, weißt du. Ich trage mir das immer rot im Kalender ein, wenn ich recht habe. Weil das so selten vorkommt. Haha, gibt es ja niemals zu, dass das selten vorkommt. Das ist always right. Immer mal recht. Mhm. Immer mal wieder. Meine Schwester hätte dir niemals diese Tasse schenken sollen. Die wusste schon warum. Ja. Sie ahnte es. Dass ich derjenige immer bin, der Unrecht hat. Naja, immer nicht, ne. Aber wenn er recht hat, dann sage ich ihm das auch mal. Und dann freut er sich wie so ein Hund über seinen Cookie. Man. Sein Leckerli. Ich bin kein Hund, du Hund. Nein, er ist kein Hund. Sag sie zu mir Hund, ey. Ich fass es nicht. Ich habe gesagt, wie ein Hund. Ja, ich habe gesagt nicht, du bist ein Hund. Doch. Du hast gesagt, ich bin ein Hund. Nein, vergleich. Du hast gerade gesagt, ich bin ein Hund. Quatsch. Doch, hast du. Würdest du, dass die Leute zurückspulen und wiederholen, was ich gesagt habe? Ja. Ja. Es wird schon wieder nachbissen neuen Nähter. Jawohl. Ja, ich bin nochmal ein Nähter. Dann gehe ich wieder zurück ins Bett und mache wieder Tag. Und danach, wenn ich den Nähter ausgeräumt habe und dann wieder ein paar Steine habe, und es nimmt einfach kein ende nein es nimmt nie ein ende baby weil du dir ein mega projekt aufgeheizt hat aber guck mal ich zum beispiel habe jetzt auch wieder an meinen mega projekten weitergemacht und ich hatte auf einmal so bock darauf dass ich dann einfach weitergemacht habe einfach weiter aufgenommen habe egal ob ich jetzt gerade noch so konnte oder nicht konnte vom mentalen und physischen her und ich habe einfach weiter aufgenommen einfach kontinuierlich und habe das einfach weitergebaut und jetzt so wenn ich das so sehr so wie es jetzt im moment aussieht denke ich mir so wo es vor zwei tagen noch nicht so aussah jetzt sieht es schon so aus weißt du ja das problem ist bloß dass ich nicht so bin dass ich eine pause machen kann weil da immer so schlecht wie da rein ich auch ich baby genauso ich muss ja beim zum beispiel beim dom noch solche holz ich habe übrigens kaffee hier in der thermoskanne deswegen nicht wundern ich pinkel hier nicht kaffee ein es beruhigt uns alle ungemein ja auf jeden fall komme ich auch nicht immer so leichter rein das denkst du nur das denke ich nur ja weil guck mal ich habe zum beispiel so was hier in der art bei diesem baum diesen ast oben am dom gemacht dass so ein bisschen diesen dom die kuppel und so stützt und da muss ich auch erst mal wieder gucken wie mache ich das und überhaupt und gehe ich über die ecken weil das weiß ich nicht da sich reinzufinden ist halt nicht immer einfach das muss man dann auch einfach mal so akzeptieren wie es ist ich frage mich wo diese name die ganze zeit herkommt ich habe jetzt schon die andere spitzhacke genommen weil die meine gute also die bunte weil ich schon so so abgelaufen ist abgenutzt ja übrigens du musst mal schon wieder mit laut du musst mal ja weiß ich dir nach der aufnahme nee 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 soll ich dir nach der aufnahme ich weiß nicht ob das jetzt gerade ineinander übergeht oder schon vorbei ist was muss ich nee ist egal ist egal ist egal ist egal das sind so die first world problems eines players dass man einen gedanken hat aber ihn nicht ausführen kann weil man nicht weiß ob das entsprechende video dazu schon rausgekommen ist oder noch rauskommen wird wenn man vor produziert deswegen kann ich da jetzt nicht weiter darauf eingehen dann nehmen wir das jetzt mal so hin dass du so ein bisschen immer vor dir hin stotterst ohne dass das sinn ergibt ja da ja hallo das ist normal oder miss is always right ich habe immer recht ja wenn du mir schon so kommst